Das Berghotel Ratschings liegt in Ratschings, Razzines in Südtirol. Das Berghotel Ratschings ist sehr beliebt unter den Gästen, 98% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 235 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,6 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,8 von 6 Sonnen. Gastronomie Die ausgezeichnete Küche wird von den Gästen sehr gelobt und erhält für die kulinarischen Künste die hervorragende Bewertung 5,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.